Zubekommen Ja, 3 bis 7 Knick Ich hab keinen Schlotter mehr Ich kann nichts davon mitnehmen. Okay, ist das mal schon mal weg, weil das behindert? Gegengift. Oh Gott, so. So, da bin ich. Ich muss zu dem da. Ich will doch nicht. Letzter Raumkampf. Sehr gut. Jetzt wollen sie mich verarschen, oder? Da ist die unerschütterlichen. Und hier. Rebuff. Das Gesicht. Puh. Shit. Aber der kriegt hier null Damage teilweise. Die Rüstung muss echt krass sein. Und beide haben sie wieder setzt. Ach, Mann. 25% Chance. Wir widersetzen sich beide. Hier nochmal. Hetzjagd. Ich will zwei Schale. Noch fünf. Noch vier. Drei bis fünf. Drei bis fünf. Ja. Sind beide tot. Danke. So, jetzt können wir uns geiles heilen. Na ja. Noch ne geilen Heilen sieht jetzt nicht so aus. Fünf bis elf. Klick. Ich hatte wir. Das war es nur noch auf einen Schaden untergegangen. Ja. Jetzt ist er wirklich tot. Nächste Runde, wenn er dran ist. Kann ich mir das auch sparen. So, so heißt ich mal einfach nur, dass ich nicht mehr heilen muss. Der Bödenflächendeckende Feuer dann er hat mich hart. Sehr hart. Sind sonst Gold. Scheiß drauf. Schauen to the tasks end. Ich will gerade eigentlich nicht mehr überrascht werden. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt so ein bisschen super geil. Könnt ihr aber mal überraschen. Das wäre toll gewesen. Vier bis neun. Fünf, wo sie sechs Leben hat. Ja, ist halt jetzt tot. Nee, nicht das da, das da. Und klick. Oh, ich bin nicht irgendein Scheiß noch passiert. Ich bin nicht irgendein Scheiß noch. Ich bin nicht irgendein Scheiß noch. Naja, kein Platz mehr für Gold. Rabko Platz mehr oder für Gold? 57 sind aber auf jeden Fall gar nicht so wenig. Ähm. Nee. Moment mal. So. Whatever. Oh, ich hätte vielleicht Licht nochmal anmachen sollen. Jetzt sind die nämlich zu Astra. Das ist nicht so cool. So, eine Fackel mal anmachen. Wie viel? Vier bis neun. Ja, markier ich halt. Mir ist ausreichend. Setztliche Beschwörung. Hier können die bluten alle gut. Nice. Gib ihm. Hier holen wir die Waffen, damit sie mir ein bisschen Schaden machen. Ah, ne Weim geklappt. Äh. Heilung! Danke, sie sind alle ein bisschen runtergehauen. Und ich vermute, man kriegt auch noch ordentlich Stress durch die beiden hier hinten. Wiedersetzt. Jawohl. Nochmal, jetzt flutscht er wahrscheinlich. Nein, nochmal widersetzt. Super. Super, Mann. Super, Mann. Mein Mann. Das wäre wahrscheinlich 70%. 7 bis 14. Jawohl. Blut im Schlamm. Hier, Hundebiss. 8 bis 13. Oh, unerblutet. Heilung! Der lohnt sich halt jetzt schon wieder, nicht mehr auf den zu schießen, weil der hat noch genau einen HP und der blutet. 4 bis 9. 4 bis 9. Auf den zu gehen ist irgendwie, da sind nicht die Gegner. Schlupfen. Ja. Schlupfen. Komm, ich könnte den nochmal stehen. Ich könnte mal auf den angehen. Ich halte den nochmal ein bisschen hoch. Oh nein, ist nochmal krassiert hier. Zack. Ich halte dennoch ein bisschen schaden. Gegen die erste Position hat sie so gar nichts, die Tosi. Die Lüdie hat gar nichts gegen die erste Position. Oh. Das war nicht dabei. Chance auf Betäubenfähigkeit. Ja, gib ich die einfach mit. So, und das. Weg. Ey, Moment. Noch kurz hier die Kiste aufmachen. Das will ich schon noch machen. Kühlen Stein, wer weiß, was hier enthält. Äh, hier. Und mal 250 Gold und Weihwasser. Ähm, das schmeiß ich jetzt weg. Wer, die 20. Wer, die 5. Hugh. Und nach Hause. Ja, wir 10k durch dieses geheimen Tor. Meereshöhen-Vorschau. Chance auf Erkunden im Meereshöhen. Ich hasse dich. Neuer Tick. Ruhelose Geist. Jetzt muss ich wieder irgendwelche Leute heilen. Oh, Mann. Hier. Gubi. Alter. Oh. Darf nicht meditieren. Drückt nach Geld. Besessen von Übernatürlichen. Ja, okay. Das mach ich erstmal raus. Und das hat mich ein paar Mal Stress erzeugt. Ähm, jo. Flacker. Vampirgäste. Widerstand gegen Schwächung. Widerstand gegen Bluten. Leil. Die Rote soll ich mir so auf jeden Fall weg. Das ist nur ein Ausschlag. Was soll das Messer? Gubi hat halt gar nichts Negatives. Gottes fürchtig. Gott ist fürchtig. Du hast 200% Stress, aber er liegt über 75. Das ist zum Beispiel nicht so oft der Fall. Um 26. Was? Da hätten wir mit zwangspieler Ante ausführen zu müssen. Das würde ich eigentlich rausmachen. Ja, das würde ich rausmachen. Gib ihm. So, Lüdi Rüstungs-Upgrade. Und das gleiche kann ich eigentlich bei der Gilde nochmal machen. Da ist nicht mehr Prezi, mehr Crit, plus Schaden gezeichnet. Ähm. Das ist immer komplett gegen hinten. Schnellschuss. Ich mach das wahrscheinlich und nehm das dann anstatt den Bola rein, weil den find ich irgendwie dumm. Ja. So. Den raus, den rein. Ist das irgendwas? Nö. Und, äh. Ich kann das Bluten hier erhöhen. Ich kann ja immerhin hin, immerhin hin und her springen. Einen nach vorn, drei zurück. Hat er schon die besten Waffen, die er kann? Nee, hat er nicht. Schärfesichtig und neu bis alt, die Gitarre kriegt er mal. Und mein Rüstungsschmied muss ich upgraden. Das kann ich jetzt mal machen. Dann hat er ja keiner von euch irgendwie das schon. LP Grundwert aus euch einen Grundwert. Der LP Grundwert steigt auch. Der hat keine Krankheiten. Krankheit Tollwut. Krankheit Tollwut. Das kann er halt behalten. Krankheit Tollwut. Ja, okay. So, mit 8K. Was habe ich denn zur Verfügung? Lang. 90% aller Räume erforschen. Tut mir leid, aber... Aber lässt das gerade noch nicht so drin. Und dann würde ich fast so machen. Fast... Krong, Roadfeeder, Penduria... Kann ich halt nicht mitnehmen. Wegen den beiden, weil die hier gläubig sind. Im Labyrinth. Plus Schaden, würde ich nur 25. Plus Prezi, würde ich nur 25. Plus 10, würde ich nur so schlafen. Das ist Schaden. So, mein erstes lange... Das würde ich mal machen. Zweimal lagern. Ja. Kann man schon mal 24 mitnehmen, würde ich sagen. Und 16 Fackeln. 3, 4 Schlüssel. Hier mal Gegengift. Äh, Quatsch. Heilkräuter. Bandagen. Jetzt haben wir mal Weihwasser. Und hier noch zwei Fackeln mit. Und hier in den, da geht es um, was wir tun. Und hier in, da geht es um Gameren. Aber oder. Und hier in den anche wurde, ist ein Zugriff für die Paul. Ja dann get Tôi, wie stehe da beden, wo er da дети hat.